Die Welt verändert sich. Und wir haben uns auch verändert. Es gibt Momente, die uns trennen. Aber am Ende kommen wir immer wieder zusammen. Wir haben gehört, ihr braucht hier ein bisschen Liebe. Denkt ihr manchmal über unsere ganzen wilden Missionen nach? Wir haben Flugzeuge geschrottet, Panzer, Züge. Über das U-Boot will ich gar nicht erst reden. Und jetzt haben wir fliegende Autos? Wer ist das? Jacob ist... Doms Bruder. Ist lange her, Dom. Kleiner Bruder. Du hast immer gesagt, wende dich nie von deiner Familie ab. Aber du hast dich von mir abgewendet. Und jetzt ist deine kleine Familie in meiner Welt. Alles, was dich betrifft, betrifft auch uns. Er hat seine eigene Privatarmee. Wir brauchen Hilfe. Das geht's nicht. Also, wie soll das ablaufen? Schnell. Okay, ist ein blöder Zeitpunkt, das zuzugeben. Aber ich kann nicht fahren. Bruder gegen Bruder. Das wird interessant. Aber könntest du ihn töten? Ziehst du mal die Handbremse für mich da? Was ist das? Was ist das? Ha ha ha. Hey, voll auf! Get back! We're the soldiers. Mann, spielen wir jetzt mit Magneten? Tut gut, wieder da zu sein. Das Ding sollen wir aufhalten? Festhalten! Ja! Ich stand mein ganzes Leben in deinem Schatten. Und jetzt... ...verbringst du den Rest deines Lebens... ...in meinem. Nicht heute. Ernsthaft? Klebeband? Du tust so, als wollen wir zu einem Baumarkt. Abflogen! Nein, Chase! Ich will nicht sterben! visorlau executiveeletRAAM! Ich weiß nicht, was in euch zuerst soldat Were und nachdem ausgedeckt war es die Eingek controler sechs. untertitelung des ZDF für funk, 2018 die wir bei mir verliehen. Gü viel mehr glänzimmen! Farben, wir sehen uns das!